Wird nur 8 Minuten dauern. Es ist wirklich unglaublich, dass es so schnell geht. Ich weiß. Okay, nur den Timer auf 8 Minuten stellen. Knopf drücken. Knopf drücken. Ich liebe meinen Flavorwave-Express. Er steht bei mir an der Küche und ich benutze ihn täglich. Ich habe über 12 Kilo abgenommen, seit ich mir meinen Flavorwave besorgte. Es geht schnell, es ist sehr fettarm und ich bringe mit dem Flavorwave die leckersten Mahlzeiten auf den Tisch. Wie zum Beispiel Huhn mit Rosmarin und Orangenglasur. oder Dorsch mit Papaya und schwarzen Bohnen. Italienischer Schweinebraten, gegrillte Garnelen oder Backäpfel. Mann, sieht das aber lecker aus. Mit dem Flavorwave-Express wird es richtig einfach, gesund zu kochen. Vor einigen Monaten kam ich ins Krankenhaus wegen Brustschmerzen. Es stellte sich heraus, dass mein Cholesterinspiegel zu hoch war. Dann habe ich angefangen, im Flavorwave zu kochen und seitdem fühle ich mich besser, bin gesund und tatsächlich sank mein Cholesterinspiegel um ein Millimol. Also Flavorwave hat mein Leben verändert. In etwas mehr als sechs Wochen fiel mein Cholesterinspiegel um mehr als ein Millimol. Ich benutze meinen Flavorwave seit einem Monat und mein Cholesterinspiegel ist schon niedriger. In einem Monat sank mein Cholesterinspiegel und nicht nur das, ich habe sogar abgenommen. Kannst du dich noch an unseren Lachs erinnern? Ja, das tue ich. Dann schau mal hin. Mh, wie das duftet. Fantastischer Lachs, herrlich locker. Ich bin reif für etwas Lachs. Probier doch einfach. Mh, mh. Gerade richtig, so soll es schmecken. Oh yeah! Mh, mh, mh. Oh, das schmeckt einfach zu gut. Alles wird im Flavorwave einfach wunderbar. Und der Flavorwave Express reinigt sich praktisch von alleine. Einfach Wasser einfüllen. Aha, okay. Ein wenig Spülmittel. Deckel drauf und Selbstreinigung einstellen. Echt praktisch. Wow, hey, das Wasser schwimmt ja rum wie im Wirrpool. Siehst du, die Seiten werden ganz sauber. Super. Wir wollen doch alle lecker und gesund essen. Aber wer hat Zeit, stundenlang in der Küche zu stehen? Stattdessen greifen wir zu Fertiggerichten, kochen in der Mikrowelle oder essen Fastfood. Wie wäre es, wenn Sie köstliche, gesunde und hausgemachte Gerichte schnell und einfach auf den Tisch bringen könnten? In einem Bruchteil der Zeit, die Sie sonst dafür benötigen. Das ist heute endlich möglich. Denn jetzt gibt es den neuen Flavorwave Express. Das ultimative Kochgerät. Seit 10 Jahren schon ist Flavorwave ein Erfolg in mehr als 80 Ländern. Vor drei Jahren stellte Mr. T, der beliebte US-Schauspieler, den Flavorwave Turbo vor. Und seither haben über eine Million Kunden damit leckere, gesunde Gerichte schneller als je zuvor auf den Tisch gebracht. Der Flavorwave Express ist mit vielen neuen Funktionen ausgestattet und vereint ultrakompaktes Design und niedrigen Stromverbrauch. Dank dieses einmaligen Küchenwunders kann jetzt jeder leckere, gesunde Mahlzeiten zubereiten. Schneller und leichter als je zuvor. Sie können damit beispielsweise Zutaten einfach aus dem Tiefkühlfach holen, direkt in den Flavorwave-Ofen geben und innerhalb von Minuten werden Sie ein leckeres Essen genießen können. Das Geheimnis des Flavorwave-Ofens ist die exklusive Kombination von Halogen, Umluft und Infrarot-Technologie. Auf diese Art können Sie die Speisen schonend zubereiten, während Sie den Geschmack bewahren und gleichzeitig so fettarm wie möglich kochen. Durch diese besondere Kombination sparen Sie bis zu 150% mehr Fett als bei vergleichbaren Kochvorgängen. Das ist nicht nur gesund und schont Ihr Herz, sondern schmeckt auch richtig lecker. Also warum die Speisen in Fett ertrinken lassen, wenn der Flavorwave ganz ohne zusätzliches Fett oder Öl auskommt? Und nichts könnte einfacher sein, als den Flavorwave Express zu reinigen. Einfach den Selbstreinigungsmodus einstellen oder in die Spülmaschine geben. Der Flavorwave Express ist fachlich geprüft und die Schüssel besteht aus gehärtetem Glas. Deshalb geben wir Ihnen ganze drei Jahre Garantie auf die Glasschüssel. Der Flavorwave Express Ofen ist praktisch, kompakt und mobil. Die ideale Alternative zu jedem Backofen, Grill oder Mikrowelle, insbesondere auch für Küchen mit wenig Platz. Mit nur einem kompakten Gerät können Sie also backen, braten, grillen, dampfgaren, bräunen, trocknen, aufwärmen und vieles mehr. Kein Wunder also, dass der Flavorwave Express mit dem Gütesiegel des Cooking Club of America ausgezeichnet wurde. Mit dem Flavorwave Express zaubern Sie innerhalb von Minuten himmlische Gerichte auf den Tisch. Hausgemacht, gesund und super lecker. Durch das Glas hindurch können Sie förmlich zusehen, wie die Zutaten zum fertigen Gericht werden. Backen Sie zusammen mit den Kindern und es wird ein Spaß für die ganze Familie sein. Professionelle Infrarot-Umluftöfen können über 3000 Euro kosten. Aber nur jetzt können Sie den großartigen Flavorwave Express zum sensationellen Preis von nur 99,95 Euro bekommen oder 6 Euro pro Monat, wenn Sie bequem in kleinen Monatsraten bezahlen möchten.